Das MMK 2 präsentiert Werke aus dem Centro Pompidou, der Tate und dem MMK in das Imaginäre Museum. Mit Sigmar Polkes Apparat, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann, Isa Genskens Oil, mit Alighiero Boetti's Order and Disorder, mit Claes Oldenburg's Soft Typewriter Ghost Worship, Marcel Duchamp's Fresh Minderkittenbergers, Thomas Meilers, Notberger Orgel, Ruiz Buchholz, Avenza, Oncavara, Daniel Schwery, Frank Stellas, Rabatt. Wenn alle Kunstwerke weg sind, wird es Menschen wie dich geben, die an sie erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020